Hallo, mein Name ist Philipp Barth und ich bin bei der SCM in Berlin verantwortlich für den Themenbereich interne Kommunikation und Chefredakteur des Fachmagazins BEYOND. Ich freue mich sehr, Sie auf Ihrer Reise in die Welt der internen Kommunikation begleiten zu dürfen. Unser Videokurs interne Kommunikation, How-To für AnfängerInnen und Fortgeschrittene, ist als Video-on-Demand-Kurs konzipiert und funktioniert komplett online. Der Kurs besteht aus rund 30 Videos in insgesamt acht Lektionen, die Sie nach Ihrem eigenen Lerntempo und flexibel absolvieren können. Er ist rund um die Uhr online abrufbar und auch auf dem eigenen Smartphone verfügbar. Diverse Übungsaufgaben unterstützen Sie bei der direkten Anwendung des neu erworbenen Wissens und im Kurs inkludiert ist auch ein Live-Coaching im Nachgang zur Klärung Ihrer individuellen Fragen. Der Zeitaufwand für den gesamten Kurs liegt bei roundabout acht Stunden ganz von Ihrem eigenen Lerntempo und möglichem Vorwissen abhängig. Am Ende des Kurses erhalten Sie von uns nach erfolgreicher Absolvierung einiger Übungsaufgaben ein Zertifikat. Im Kurs beleuchten wir die interne Kommunikation von allen Seiten. Das heißt, wir schauen, was ist interne Kommunikation, was soll sie leisten und was sind ihre Themen. Wir geben einen Überblick über Bezugsgruppen, mit denen es Verantwortliche der internen Kommunikation zu tun haben und beleuchten verschiedene Kommunikationswege und Kanäle der internen Kommunikation. Zudem schulen wir Sie darin, strukturiert vorzugehen und sich klare Ziele zu setzen. In diesem Zusammenhang werfen wir unter anderem einen Blick auf die Grundzüge der Konzeption und geben Ihnen wertvolle Analyseinstrumente an die Hand. Sind Sie neugierig? Dann melden Sie sich jetzt an. Ich freue mich auf Ihre Teilnahme. Absch 다음- sixe Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.